Dachtest wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was? Solche Dreistigkeit hab ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist, doch weit gefehlt. Du erwärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlacke zertrieben. Ich werde jede einzelne Kakerlacke schockieren. Das ist ein Weis- und Geist. Das ist ein Weis- und Geist. Bitte das ist ein Weis- und Schleier. Das ist ein Weis- und Schleier ist ein Weis- und Schleier. Vielen Dank.